Positive Nachrichten gibt es zum Schulstandort Knittelfeld. Die Berufsschule und das Lehrlingshaus werden saniert. Die Landesräte Lackner und Amon bringen viele Millionen Euro mit nach Knittelfeld, um diesen Standort zu stärken. Im Zeichen der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz steht die Sanierung der Landesberufsschule und des Lehrlingshauses in Knittelfeld. Mit der Sanierung der Berufsschule Knittelfeld investieren wir nicht nur in die Infrastruktur für Lehrlinge, sondern machen gleichzeitig die Gebäude klimafit, so Landesrat Werner Amon. Rund 13 Millionen Euro werden im Sommer 2025 in die thermische Gebäudesanierung fließen. Um die Klimawende zu schaffen, geht das Land Steiermark mit gutem Beispiel voran. 85 Millionen Euro stehen für die Investitionen für eine klimaneutrale Landesverwaltung zur Verfügung, berichtet Landesrätin Ursula Lackner. Eine überaus erfreuliche Bilanz, um den Schulstandort Knittelfeld zu stärken. Das Kulturhaus Knittelfeld bot die große Bühne für das Osterklassik-Konzert von Johann Sebastian Bach. Die Matthäus-Passion als Höhepunkt unter der musikalischen Gesamtleitung von Franz Jochum. Unter der Projektleitung von Lore Schredner war diese konzertante Aufführung die ideale Einstimmung auf Ostern. Wir waren mit einem Seitenblick mit dabei. Am 16. März wurde mit Johann Sebastian Bachs monumentalem Werk, der Matthäus-Passion, in einer großen Gemeinschaftsproduktion der Städte Knittelfeld, Leoben und Gleisdorf ein Highlight des Knittelfelder Klassikprogramms im Kulturhaus Wirklichkeit. Die Beteiligten waren das Kammerorchester AXENDO Knittelfeld, Leitung Lore Schredner, das Symphonische Orchester Leoben unter der Leitung von Heinz Moser, der Projektchor Murtal mit dem Chorforum Gleisdorf unter der Einstudierung von Thomas Held. Bereits 2004 wurde dieses Werk in Knittelfeld aufgeführt und nun, 20 Jahre später, das Kammerorchester AXENDO hat in diesem Jahr ebenfalls sein 20-jähriges Jubiläum als ein weiterer Höhepunkt im Kulturprogramm wiedergebracht. Bachs Matthäus-Passion gilt als eines der bedeutendsten Werke der Musikgeschichte und wurde ursprünglich für die Karfreitagsvespa in der Leipziger Thomaskirche komponiert. Sebastian Bach vertonte die Bibeltexte. Hierbei bot ihm die kompositorische Anlage in zwei Chören und zwei Orchestern ganz besondere, oft geradezu theatralische Möglichkeiten, wenn Blitze und Donner im Doppelchor aus verschiedenen Ecken des Konzertsaales zucken und grollen oder ein Solist mit einem Orchester den Schmerz Christi nachzeichnet und gleichzeitig ein Chor mit dem anderen Orchester die Empfindungen der gläubigen Christenheit auf dieses Geschehen reflektiert. Als Zuhörer empfand man das als ein geradezu mehrdimensionales Passionserleben. Lang anhaltender Applaus und Standing Ovations waren die Reaktion des Publikums auf die 150 Minuten dauernde Aufführung.